hey leute david hier so heute zeige ich euch doch mal wie ihr so legosteine stellen können so eine szene hier zum beispiel zeigt euch wie einzelne legosteine stellen können und den rest könnt ihr selbst kreieren wie ihr haben wollt wenn es euch gefällt würde ich mich sehr über ein like freuen daumen nach oben abo und auf jeden fall aktiviert die glocke wird mir auf jeden fall sehr freuen so als erstes nehmen wir das 3d werkzeug erstellen uns einen würfel den würfel biegen wir uns ein bisschen zurecht so wie es uns gefällt machen erstmal den also zweier würfel wie ihr den kennt ich denke so ist es okay ich denke so sollte okay sein dann aktivieren wir rundungen die rundungen machen wir auf 4 1 2 3 4 2 nicht 3 4 so gut sollten gut sein jetzt machen wir für die proportion erst mal uns ein zylinder der diese bobel darstellen sollte am ende und zwar ziehen was ist ein bisschen zurecht machen was ein bisschen kleiner ich denke so ist in ordnung wir müssen umziehen unterziehen dann kommen was dann ganze schose mal kopieren also erst der gc und v so ich denke so ist das ganze doch in ordnung dann löschen wir unsere zylinder wieder beziehungsweise ja nicht löschen machen wir erst der gz um die wieder zurückzuholen lassen wir erst mal deaktivieren das heißt wir gehen auf die häkchen machen die x nicht raus dann nehmen wir ein würfel den würfel duplizieren bei uns erst der gc und v und werden das ganze ein bisschen skalieren denke so in ordnung ziehen also ein bisschen hoch noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr oben ein bisschen größer machen ich denke so ist sollte das ja so ist es doch eine ordnung denke ich dann werden wir das ganze buhlen das heißt wir nehmen uns immer hier unser bool tool das heißt wir schneiden das aus das heißt den würfel tun wir rein und auch den anderen würfel so voila jetzt werden wir den einwürfel doch noch ein bisschen runterziehen nicht den würfel sondern anderen ja so so ist schon ausgehöhlt so als nächstes machen wir uns können wir eigentlich die abholen die machen als neue zylinder das heißt der werkzeug neben uns aber diesmal eine röhre ziehen diese dann etwas kleiner das ist dann quasi diese anderen diese nippel die auf der gegen an gegenüberliegenden seit liegen und machen die ungefähr das ist von der größe ja ungefähr identisch ist mit der mit unseren kasten ein bisschen kleiner noch denke so ist eine ordnung so jetzt gucken wir mal in rundungen wie sieht das aus ja ok rundungen machen wir rein die kann man so lassen und dann machen wir uns noch also ihr könnt euch wenn ihr nicht wisst wie aussehen googelt es einfach mal die bilder und zwar die haben so quasi kann man das sagen wieso dünne platten zwischen den zylindern zwischen rühren das heißt quasi werde es dann sowas ich denke so ist das in ordnung dann werden dann markieren wir uns die das heißt der strg cnv dass wir zu duplizieren auf der anderen seite dann die zwei können markieren dann runden wir die auch noch mal ab rundungen rein nicht so viele ich denke mal zwei oder so reicht oder eins vielleicht schon ja eins ist eine ordnung dann werden dann markieren wir uns die das heißt strg gedrückt halten und dann jeweils die würfel aktivieren jeweils die würfel anklicken über haben wollen das heißt die zwei würfel und dann die röhre erst hier g cnv und dann ziehen was auf der anderen seite ich denke so ist in ordnung so dann haben wir jeweils eine seite noch mal so quasi so kleine stäbchen das heißt machen wir uns einmal ganz fix die dann allerdings etwas dünner sind denke mal so ist in ordnung nehmen wir ziehen die auch noch ein bisschen höher ein bisschen höher ich denke mal so ist das in ordnung müssen wir gucken dass auf der anderen seite natürlich nicht drauf schaut alles ja und da das ja nicht ganz gerade ist sowas sondern so leicht schräg machen wir es auf schräg denke mal so ist doch in ordnung gucken wir dass es nicht ausguckt ist okay dann das eine kommt hierhin dann wieder duplizieren mit cnv erst der g cnv auf der anderen seite dann die zwei duplizieren erst der gv und dann auf die andere seite ziehen wir sind runter und da die ja ein bisschen schräg waren auch auf die auf der falschen seite drehen wir die ganz kurz noch auf die na wie war das ungefähr so machen ich denke sowas sollte in ordnung sein ja nehmen wir perfekt dann haben wir alles dann können wir das eigentlich auch alles mal markieren und gruppieren wir das mit alt g haben eine gruppe und dann können wir die ganze schose auch umdrehen das heißt wir gehen unser rotierwerkzeug geben hier bei der p value geben wir 180 ein und haben das einmal gedreht so jetzt können wir hier auch hingehen und unsere zwei zylinder wieder aktivieren wo auch immer die sind achso weil die sind auch gedreht worden naja gut ungefähr so ist es in ordnung ja ok machen wir so könnt ihr ein bisschen spielen mit der ganzen proportion wie das dann genau passen würde für euch ich denke das ist erstmal ok so dann wollen wir hier auch noch rundungen rein machen das heißt wir beide markieren wir hier und gehen auf na wo haben wir es bei deckflächen auf rundungen machen wir nicht so sehr rundungen upsala sondern ja ich würde sagen auch so um die 4 müsst ihr gucken wie es aussieht so dann machen wir uns einen text mo graph ein text mo text dann na drehen wir den das ist auch bei der p value aber um 90 damit er aufliegt beziehungsweise er um 9 minus 90 minus 90 und skalieren das das ist quasi der text der auf den drauf liegt so ein bisschen größer noch ein bisschen skalieren dass er nicht überlappt aber das ist auch gut aussieht so dann suchen wir uns einen passenden von aus dazu und zwar objekt und machen wir mal sowas wie sieht es aus und von regulär suchen wir irgendwas aus was wir quer stellen können da den text antwort und so irgendein texten haben wollen also zum beispiel lego ja doch das ist okay sogar dann ist gar nicht weil das einfach noch ein bisschen damit es passt dann mit der maustaste oben der perspektive damit ihr sehen könnt ob es in der mitte liegt ja so mit der maustaste und wieder in die perspektive rein dann können wir uns auch duplizieren und ja das ist okay ich glaube ein bisschen zu fett aber sehr wurscht so dann packen wir zwei text natürlich auch noch mal rein und einfach nur reinziehen drag and drop und jetzt können wir das ganze klonen quasi das heißt wir machen unseren wort nur smallgraph kloner null objekte rein und machen wir gitter da er natürlich die andere seite genau haben weil die ist ja die korrekte seite werden wir hier beim klonen natürlich auch noch mal umdrehen müssen und zwar auf 180 grad also machen wir die erste stufe weg das heißt die oberste stufe und dann ziehen wir das einfach mal ein bisschen weiter so ein bisschen weiter raus und die größe dann schieben wir uns das zurecht so wie wir das haben wollen ich denke mal so ungefähr von der länge und dann vielleicht machen wir uns ein bisschen größer unser gebiet so und dann erhöhen wir die anzahlen bis es uns gepasst das ist so viele so was ist okay und dann hier nochmal die anzahlen könnt dann für euch für ein pc ein bisschen aufwendig werden aber müsste ein bisschen geduld haben oder eventuell die anzahl ein bisschen verringern so ist das ganze doch okay sehr schön wunderbar ja das ist doch passt doch gut so jetzt können wir uns zum beispiel mal an boden machen damit das ganze natürlich auch im boden hat rechte mit der maus das mit denen die perspektiven kommt jetzt müsste ein bisschen warten waren die ganze schose muss natürlich auch das laden erst mal ich hoffe er stürzt es mir nicht ab das ist schon mal gut und ziehen quatsch ziehen den boden den wir hier haben runter ich hoffe das passt müssen wir warten vor zeigeffekt noch ein bisschen ja so ist okay dann gehen wir in die unsere zentralperspektive können uns jetzt beispielsweise unser null objekt was wir haben klonen das heißt wir haben uns unser lego steinchen haben wir jetzt ein einzelnes das drehen wir natürlich noch mal um und zwar null ich hoffe das ist korrekt oder auch nicht oder dauert einfach lange okay dann machen wir das von 180 und dann mit der maustaste mit dem maustaste kommt schon und suchen uns die oben perspektive wieder aus dann können wir von einer oben perspektive unterscheiden draufsetzen und den dann entsprechend auch noch variieren wenn wir den dann skalieren das heißt das heißt wenn ich den gefunden habe da ist er das heißt hier drauf ja und dann können wir den auch eigentlich nicht schauen wir mal ob wir skalieren so einfach ohne weiteres ich glaube obwohl was können wir da machen was wäre das beste ähm skalieren wir das ne ne weil das skalieren ist doof dann ok machen wir unser nehmen wir unser boden hier quasi den wir haben also unser würfel und dann dementsprechend auch die anderen zylinder und die anderen quasi was wir unten gemacht haben ich mache den boden aus das heißt diese zwei nüppel hier was war das da und zwar na warum war es das waren die röhre und die zylinder dann nehmen wir uns bei den klonen hier den wir haben nehmen wir uns auch die zylinder und die würfel ich glaube das waren alle sehen erstmal hoch na hallo julia ich glaube das mit dem klonen war doch keine gute idee dann damit wir uns jetzt doch mal raus so können wir mal genau sind lange reden kurzer sinn das dauert das ein bisschen lange deswegen habt ein bisschen geduld ansonsten mache ich kurz mal pause so jetzt habe ich es wieder wieder gefunden also wenn ihr in der normal perspektive seid und das zu klonen nehmt ihr natürlich alle Würfel, die wir angefertigt haben, sowie die Röhren von unten und auch unser Außengehäuse, damit wir einfach das Kurs erziehen können. Jetzt allerdings, wenn wir es skalieren, skalieren wir alles gleichmäßig bzw. sehr verschieden, da wir halt verschiedene Körper haben. Das heißt, also mit strgz-subjahr zurück, drücken wir c, damit wir es editieren können und dann können wir das alles, die Maße selbst skalieren. Deswegen, wir gehen hier auf die seitliche Maße und skalieren das in die Seite rein. Das heißt, ich würde sagen, ungefähr, dass es dann zweimal ist. Heißt, Mittlerummaustaste und dann wieder in die Obenperspektive reingehen. Damit wir sehen können, wie breit muss es sein, damit es dann auf zwei Legostein liegt. Ich hoffe, er kommt dann jetzt. So, wo haben wir uns? Da ist es. Gehen wir ein bisschen runter und da sehen wir, okay, gut. Nicht ganz, wir können uns das aber, wenn wir den Körper generell noch verschieben. Na, haben wir es. Das heißt, wir nehmen in dem Fall die Würfel dazu. Dann nehmen wir uns das Null-Objekt dazu. Dann verschieben wir das auf die zwei. Wunderbar, passt genau. Dann nehmen wir den Text, den Text und unsere Zylinder. Und ziehen wir dann an die Seite. C und V und auf die andere Seite. Somit haben wir dann einen Vierer-Würfel. Also einen Vierer-Stein. Dann platzieren wir das natürlich noch alles unten, nach unten. Das heißt, markieren wir uns wieder, tun ihn in das Null-Objekt rein. Null markieren wir uns und ziehen das nach unten. So, dass es sauber aufliegt auf dem Stein. Ja, ich sehe gerade, müssen wir doch ein bisschen breiter machen alles. Ist aber kein Problem. Dann nehmen wir uns doch einfach mal wieder alle, die wir editierbar gemacht haben. Und ziehen das ein bisschen breiter. Ah, Quatsch. Wo haben wir das? Jetzt. Und wieder nach unten. So, also da bin ich wieder. Und ziehen das noch ein bisschen runter. Ich denke, so ist das alles. Sollte das okay sein. Würfel nehmen, das Zylinder. Und etwas nach unten. So. Na, unser Null-Objekt nehmen wir es einfach und ziehen das Ganze nach unten. So. Okay, lassen wir es so. Scheiß drauf. Ihr könnt es noch variieren. Dann machen wir das Textur jetzt nochmal. Und zwar zu guter Letzt. Nehmen wir uns quasi unser, was wir haben, Ball. Nehmen wir erstmal schwarz. Schwarz finde ich ganz cool. Ihr könnt natürlich wählen, was ihr haben wollt. Gehen wir über Reflexion. Gehen wir hinzufügen. Machen wir uns irgendeinen Shader. Machen da. Damit es halt so ein, sage ich mal, raues, schwarz ist. Nehmen wir uns einen Fresnel Shader. Wo haben wir das? Fresnel. Und machen allerdings die Helligkeit, sage ich mal so, auf, ja, gucken wir mal 10. Und die Mischstärke auch so um die 10 rum. Schauen wir mal, wie es aussieht. Dann packen wir das erstmal auf unseren Cloner. Damit alles natürlich schwarz wird. Und machen wir uns einen neuen Shader. Und machen diesen, können wir jetzt mal rot machen. Das heißt, Farbe machen wir rot. Knallrot. Und bei der Reflexion machen wir auch wieder irgendeinen Shader rein. Und dann machen wir allerdings nur die Helligkeit ein bisschen, ne, obwohl doch die Helligkeit ein bisschen runter. Das heißt, dass es kaum noch spiegelt, aber ein bisschen. Also auf 5. Und ziehen den dann oben auf unseren, unseren Nullobjekt. Voila. So. Dann ziehen wir jetzt noch irgendwas zurecht, dass es so gut aussieht. Und dann aktivieren wir natürlich noch den Boden. Den hatten wir gerade ja ausgemacht. Der Boden wird natürlich auch schwarz. Beziehungsweise. Ja, doch. Machen wir dann auch schwarz. Das heißt, wir können uns unseren schwarzen Shader hier als schwarzem Material kopieren. Machen allerdings ein bisschen mehr Rauheit rein. Ungefähr um die 10. Und ziehen das auf den Boden. Na, nicht auf Klone, sondern auf den Boden. So, dann machen wir uns, ich würde sagen, wir machen uns mal eine Kamera. Damit wir festgehalten haben, machen wir uns ein Licht. Rechte Maßstaste. Na, komm schon. Hop, hop, hop. Komm schon. Damit wir schnell zu Ende sind. Dann ziehen wir uns das Licht ein, ziehen wir uns, damit es auch ein bisschen passend ist. Ziehen wir uns um den hier so hin. Ziehen wir uns das hoch. Ja, ich denke, das sieht auch ganz cool aus. Und dann SGC und V. So, wenn wir das Licht jetzt haben, dann duplizieren wir uns das SGC und V. Und dann sollte es gleich kommen. Gehen wir in die Mittelperspektive wieder. Und ziehen wir uns das Ding einfach... Na, kommt's jetzt. Ziehen wir uns das dann einfach prinzipiell in die andere Richtung. Na, so schwer kann das doch nicht sein. So, wo haben wir das ein Licht? Schauen wir mal nach. Okay. Ziehen wir das Licht dann in die andere Richtung. Ungefähr hier. Ich denke, dann ziehen wir uns das noch ein bisschen nach hier. Ich denke, das ist so okay. So, dann schauen wir doch mal, wie es aussieht. Das heißt, wir gehen in die Renner-Voreinstellungen. Machen natürlich alles wieder an. Global Inimation. Ambient Occlusion. Machen wir Global Inimation. Und die Bombas Samples machen wir niedrig. Und dann rennen wir das mal. Oh, okay. Wie wir sehen können, ist es ein bisschen zu weit oben geraten, das Licht. Das heißt, wir nehmen uns einfach unsere zwei Lichter. Und ziehen wir etwas weiter runter. Rechnen wir das, dass du ein bisschen warten. Und ziehen wir das einfach runter. Na, nicht zu weit. Ja, ist okay. Schaue ich mal ganz kurz. Dann machen wir kurz mal, gehen wir hier gedrückt halten. Dann schauen wir mal kurz einen Renner-Vorschau an. Ob er das jetzt irgendwann überhaupt packt. Okay, da war ich wohl ein bisschen zu fuhörlich mit meiner Textur. Weil das klappt wohl auch nicht ganz. Und zwar... Nehmen wir hier nochmal die Textur. Schauen wir mal kurz rein. Okay, ich sehe gerade, okay, die Helligkeit... Ja, okay, Mischstärke ist okay. Machen wir es auf 100. Machen wir das hier auf 0. Oh, Quatsch, nicht auf 0. Sondern auf 4, sowas. Oder 10. 10, 20 sollte soweit sein. Okay. Helligkeit machen wir auf 27, 28. Ja, sowas im Dreh. Und jetzt sollte es auf jeden Fall funktionieren. Ups, nicht so rendern, sondern... Erstmal nochmal rendern. So, also das Einzige, was wir jetzt gemacht haben, hab einen Dreh gefunden. Und zwar, ich habe jetzt einfach noch Ebenen genommen, die ich geklont habe. Quasi als Lichtobjekt genommen. Und was ich jetzt noch habe, ist, damit wir halt einfach dieses, ähm... Nicht diese glänzende haben, sondern einfach dieses, ähm... Sag mal, matte haben. Und zwar, war ich hier noch auf dem Shader Reflexion, hatte ich einfach nur die Mischstärke, hab ich es vermischt genommen. Also, editieren, anstatt normal. Normal ist dann, dass es einfach nur, ähm... euer Spiegel-Layer, sag ich mal, Vorrang hat. Und beim Editieren ist es halt, dass es beides überlappt wird. Quasi beides übernommen wird. Jetzt können wir natürlich noch machen, und zwar, ähm... Weil... die Helligkeit ist so okay, aber die Spiegelstärke und sowas, das war noch ein bisschen zu sehr gespiegelt, meiner Meinung nach. Ähm... Machen vielleicht mal eins. Helligkeit auch mal ein bisschen runter. Ja, ich denke, sowas ist okay. Aber gut, ihr könnt euch selbst entscheiden, wie ihr es haben wollt. So, auf jeden Fall, äh... macht ihr halt Lego-Steine, könnt euch, wie gesagt, auch verschiedene Längen machen, 6er oder was es da alles so gibt. Können auch ganz Haufen kreieren, andere, ähm... Szenerien erscheinen, wie ihr haben wollt. Nur, dass ich euch mal das Basic zeige, wie es funktioniert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es so war. Wie gesagt, würde ich mich selber ein Abo freuen und aktiviert die Glocke, damit ihr auf jeden Fall Bescheid bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis dann, und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Haut rein!